So wählen Sie bei uns Ihr Traumfahrzeug aus. Sie gehen auf eine Fahrzeuganfrage und plötzlich haben Sie die Möglichkeit, durch ein Tool ganz verschiedene Filtervorgaben dem System zu geben. Und dadurch wird quasi alles, was Sie nicht haben möchten, in Ihrem Fahrzeug an Extras herausgefiltert. So grenzen Sie Ihre Fahrzeugsuche ein. Sie wählen zum Beispiel aus Automatik, es muss eine Sitzheizung haben, eine Klimaautomatik, Parksensoren und alle Fahrzeuge unabhängig der Marke werden hinausgefiltert. Am Ende bleibt eine Auswahl übrig, wo Ihr Traumwagen dabei sein könnte. Dann können Sie auf dieses Fahrzeug klicken und dann das Fahrzeug auch gerne anschauen. Mehrere Bilder sehen, können sich die Ausstattung durchlesen, den Spritverbrauch und alle relevanten Daten finden Sie in einem Überblick. Sollten Sie das Fahrzeug bestellen möchten, können Sie gerne das Fahrzeug runterladen, das Angebot runterladen und uns dieses per E-Mail zurücksenden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, uns persönlich kennenzulernen, bei uns vorbeizukommen, um eine persönliche Beratung zu bekommen. Alternativ natürlich auch am Telefon oder sogar per Videokonferenz. Denn im heutigen Zeitalter ist es so, dass wir nicht alle Kunden sehen, sondern wir können die Kunden auf Distanz beraten. Und das würden wir auch gerne bei Ihnen machen, wenn Sie den Wunsch haben dazu. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Auszuwählen des Fahrzeugs und wünsche Ihnen alles Gute.